So meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge des FIFA 14 Ultimate Team WM Add-ons und heute da gibt's also das große Halbfinale, die Chance ins Finale einzudringen. Es ist eine richtig große Möglichkeit, die wir haben und die wollen wir natürlich nutzen, haben zuletzt 2x 4 zu 3 gewonnen, einmal gegen die Holländer, einmal gegen die Brasilianer, das Ganze natürlich in Anführungszeichen. Aber bei beiden Teams eine munter durchgewürfelte Truppe da am Start. Ihr seht, ich hau noch schnell eine Fitnesskarte drauf auf unser Team und dann können wir rein starten. Und bin mit der Truppe, wie sie jetzt so dasteht, sowas von krass zufrieden. Also gefällt mir richtig gut, wie wir das spielen können. Defensiv müssen wir uns noch ein bisschen steigern. Zweimal, wie gesagt, jetzt 3 Gegentreffer bekommen in der Offensive dagegen mit 4 Toren. Ist das schon mal richtig gut und ich hoffe, dass wir heute den Gegner ein bisschen schneller finden als noch zuletzt. Da hat es ja ein bisschen gedauert, bis da mal jemand kam, gegen den wir auch wirklich spielen konnten. Diesmal sieht's wieder schlecht aus. Das ist wieder derselbe Brasilianer noch aus der letzten Folge. Ihr merkt, ich bin noch aus derselben Session. Von dem her würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich einen Gegner gefunden habe. So, meine Lieben. Und ihr seht, wir haben wieder einen Gegner gefunden. Es sind mal wieder die Holländer, gegen die wir spielen. Lytos, Küpidik spielen wir. Und natürlich auch nochmal zu Beginn jetzt für euch die Info. Sobald wir ein Spiel verlieren oder die WM gewinnen, ist dieses Projekt vor Ende, äh, vor Ende, zu Ende. Und es gibt zwei neue Serien, allerdings auch zum WM-Modus von Ultimate Team. Das nur als kleine Info. Seine Truppe haben wir jetzt leider nicht sehen können, wen er alles aufstellt. Jetzt habe ich es auch noch weggekickt. Benzema, Neuer war, glaube ich, im Kasten, wenn mich nicht alles täuscht. Es wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Und ich glaube, boah, was hat denn der Schiri für ein Trikot? Seht ihr das? Alter, was ist da denn los? War richtig krass. Aber ich glaube, das ist irgendein Grafikfehler eher, als dass das ein offizielles Trikot sein sollte, Benzema, mit der ersten Chance. Da nach wenigen Minütchen Glück gehabt, dass der über den Kasten geht. Also, wie gesagt, heute drei Gegentreffer kassieren, dann weiß ich nicht, ob das reicht. Das könnte dann richtig bitter werden. Zweimal hat es bisher noch geklappt, aber ob es ein drittes Mal auch gut geht, lasse ich mal so dahingestellt. Keine Abseits. Eden, Ha-Sa-Ha-Ha. Vierte Minute, Traumstart für unseren Gegner. Ha-Sa-Ha, eiskalt vor dem Kasten. Super ausgespielt. Und dann war er drin. Mann, Mann, Mann. Da müssen wir jetzt irgendwie dagegen halten. Savaleta. Oh, der Ball war wieder schlecht. Wir müssen aufpassen. Der kontert gut. Diesmal gerade noch so aufgepasst. Schauen wir in der Mitte. Guter Ball auf Luis Gustavo. Alexis Sanchez. Ball kommt nicht durch. Rodriguez. Und wieder gut abgegrätscht. Wieder gut gemacht. Aber das geht auf Dauer vielleicht nicht unbedingt immer gut. Quadrado jetzt mit ganz viel Platz. Quadrado. Die Flanke ist zu weit in den Rückraum gebracht. Da kommen wir nicht hin und unten. Dante oder Marcelo, wie mehr, der weit mit nach vorne geruckt ist. Kommt auch nicht hin. Kyle Walker. Cahill. Langer Ball. Haben wir den? Den haben wir. Mascherano. Kein Abseits. Doch, Alexis Sanchez kommt mal wieder aus der verbotenen Zone. Aber Sanchez da vorne gefällt mir richtig gut. ist ein guter Stürmer in diesem Spiel. In diesem Modus. Macht er seine Sache hervorragend. Was war jetzt? Was war jetzt los? Anscheinend noch irgendwo ein Faulspiel gesehen, der Schiedsrichter. Ich weiß nicht wo. Keine Ahnung, was ich verbrochen habe. Und das ist super gespielt. Gott sei Dank geht er drüber. Ganz, ganz stark. Zack, zack, zack. Und ab vor das Tor. Bisschen zu offensiv verteidigt. Und dann nutzt er das natürlich eiskalt aus. Zwölf Minuten rum. Also das wird ganz, ganz interessant noch werden, glaube ich. Nach Kontern ist der Bären stark. Und wir sind auch eine Mannschaft oder ein Spieler, die da schnell umschalten. Mal gucken, was das am Ende wird. Gustavo, mal das Spiel breit gemacht. Ist gut. Nach vorne gelegt. James Rodriguez. Sieht da vorne wieder Marcelo laufen. In die Mitte gelegt der Ball. Kommt dann allerdings nicht an. Oh, Ball geht durch. Abseits, oder? Was abseits? Anscheinend nicht. Thomas Müller. Den habe ich auch noch nicht. Den will ich so gern. Und er macht das 2-0. 17. Minute. Freunde, Freunde, Freunde. Das wird ganz bitter. Wir müssen aufmachen. Aber wir dürfen fast nicht. Weil der so stark nach vorne spielt. Mit seinen Kontern. Das wird eine Hercules-Aufgabe jetzt noch werden. Das irgendwie hinzukriegen. Da eine Mischung zu finden. Mascherano. Guter Wahl. Savaleta. Komm jetzt ab der Fisch. Savaleta. Savaleta. Gutes Ding. Und jetzt müssen wir uns da mal durchsetzen. Schaffen wir leider nicht. Müller wieder. Nach vorne gelegt. Der Ball kommt Gott sei Dank an. Allerdings kriegt er wieder die Konterschoss. Ich werde jetzt noch bekloppt gleich. Guckt mal an, wie weit wir da hinten stehen. Absatzposition da vorne. Schirr lässt weiterlaufen. Da hat er so viele Möglichkeiten. Und das nutzt er super aus. Muss man gestehen. Oder ihm zugestehen da. Schade. Cesc Fabregas. Hazard. Gut. Von Savaleta. Wunderbar gespielt. Cuadrado. Hat mal ein bisschen Platz. Cuadrado. Macht den nicht rein. Schade. Ich wusste nicht, ob ich spielen soll oder nicht. Auch da hat er stark verteidigt. Probierst mit dem Schuss. Der einen Ticken zu hoch. Von Cuadrado. So. Jetzt spielt er wieder seine Doppelpässe. Da müssen wir aufpassen. Nach oben. Auf Eden Hazard. 25. Minute. Hazard kriegt ihn locker noch. Schneller Mann. Vom FC Chelsea. Ja. Und er räumt einfach mal alle weg. Ja. Toll. Und jetzt gibt es den Elfmeter. Ich werde bekloppt. Das gibt es doch nicht. Der reißt einfach mal unseren Mann mitten im Dribbling um. Hazard heißt jetzt nicht unbedingt das Kraftpaket hoch 10. Und dann gibt es auch noch gelb. Oh. Ich dachte schon rot. Für Godin. Mann. 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 Was ein bitterer Tag heute. Muss Lehrer im Kasten gegen Cesc Fabregas. Vielleicht holen wir ihn zumindest raus. Das wäre ja was. Müller schießt. Thomas Müller. Lupft den in die Mitte. Ich habe es mir erst überlegt. Weil ich mir gedacht habe, bei 2-0 macht er bestimmt irgendwas, was er ausprobiert. Mann. Mann. Also. 3-0, Freunde. 3-0. Wie wollen wir das noch drehen? Wie wollen wir das noch drehen? Penzema. Ja, komm, mach das nächste. Alter Schwede. Ich komme gar nicht hin. Was ist denn los? Gerade spielen wir 2-mal 4-3 und spielen richtig gut Fußball. Und heute geht gar nichts. Beziehungsweise jetzt. 0-4. So. Erstmal gescheit hier nocken. 0-4. Unfassbar. Das gibt es doch gar nicht. Ey, ich kann es gerade echt nicht glauben. Er nutzt da vorne jede Möglichkeit. Und sobald wir an der Mittellinie den Ball verlieren, haben wir eigentlich schon verloren. Da. Jetzt haben wir schon wieder verloren. Jetzt kontert er wieder so schnell, dass wir keine Chance haben auf irgendwas. Hassar. Nächste Flanke, nächstes Tor wahrscheinlich. Ne. Muss Leeres da. Wir dürfen keinen Ball verlieren da. In der Vorwärtsbewegung. Aber wir müssen was riskieren. Das ist halt so das Problem jetzt. Bei dem Spielstand. Was gibt es jetzt? Abseitsposition. Ich glaube von, vom Gegner. Immerhin. Komm schon. Zumindest den Anschlusstreffer jetzt mal erzielen. Und dann geht da vielleicht noch was. Cuadrado. Komm nicht durch. Cuadrado nochmal. Kein Abseits. Cuadrado. Wieder abgefälscht. Diesmal wären wir unten ganz frei gewesen. Mann, Mann, Mann. Müller. Jetzt gib mal den Ball hier. Gott sei Dank. Sanchez. Cuadrado. Oh, wird geblockt. Komm, jetzt gib Gas, Junge. Hol dir den noch. Cuadrado. Gut gemacht. Cuadrado. Cuadrado. James Rodriguez lässt den so weit prallen. Aber schießen hätte ich, glaube ich, nicht brauchen. Das wäre wieder nichts geworden. Und das ist genau wieder so ein blöder Ballverlust. Der nicht passieren darf. Mann, Mann, Mann. Gott sei Dank nochmal ausgebügelt. Da die Situation. Rodriguez kriegt ihn nicht durch. Jetzt hat vielleicht. Vielleicht jetzt die Chance. Wieder geblockt. Das gibt es doch nicht. Wir kriegen keinen Ball durch. Jetzt, komm. Cuadrado. Das gibt es doch gar nicht. Sag mal, steht hier überall. Jeder Ball, den wir nach vorne spielen wollen. Da kommt noch einer dazwischen. Zum Verzweifeln. 41. Minute. Das sieht mir stark nach dem Ende der Serie aus. Und das mit so einer Schmach. Alexis Sanchez wird da angeschossen aus wenigen Metern. Unfassbar. Ey, das gibt es doch gar nicht. Sag mal, der kriegt echt jeden Ball, oder? Das ist doch unfassbar hier. Weg damit jetzt mal. So, Sanchez. Guter Ball nach oben auf Cuadrado. Ja, Cuadrado. 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 Komm nicht durch. Die Maria. Und wo war der denn hin? Wieder zu keinem. Und da ist niemand von uns. Benzema. Guter Grätsche nochmal. Gustavo. Wir kommen besser rein. Aber ob das jetzt noch so viel bringt, ist die Frage. Gustavo geht. Gustavo. Ja, der klärt da mit 10 Meter vor meinem Fuß. Äh, vor meinem Kopf. Äh, 10 Zentimeter vor meinem Kopf natürlich. Nicht 10 Meter. So, den machen wir kurz. Allerdings doch nicht in die Mauer. James Rodriguez. Und weg damit. Das war's. 0 zu 4 nach 45 Minuten, ey. Mann, der nutzt die Chancen vorne eiskalt. Egal, wenn er einen an der Mittellinie den Ball kriegt, dann ist der durch. Das ist krass. Das macht der stark. Aber das ist natürlich nicht gut für uns. Wir gucken mal rein. Drei Schüsse hat er aufs Tor und macht vier Buden. Vier Schüsse insgesamt. Unfassbar. Ups, da wollte ich nicht hin. Dann hätten wir zumindest auch mal eins machen können. Jetzt wird's kritisch. Ah, das Einzige Gute ist, wenn der vier Minuten in einer Halbzeit schafft, ist das rein technisch absolut möglich. Dann können wir das eventuell auch packen. Das ist schon mal das Gute. Aber wie gesagt, ja, wenn so ein Kack passiert, dann haben wir da auch relativ wenig Möglichkeiten. Mann, Mann, Mann. Nichts Leerer. So, jetzt hopp. Im zweiten Abschnitt der ersten Halbzeit haben wir ja dann gar nicht so schlecht gespielt. Aber wir müssen halt einfach mal 0-4 aufholen. Und das ist sowas von schwer. Jetzt ein guter Ball auf Sanchez. Das ist kein Abseits, hoffe ich. Sanchez. Ja. Und jetzt die Reihen, Cuadrado. Gut. 4 zu 1, 50. 6. Minute. Das war wichtig. Der frühe Anschlusstreffer. Niemals aufgeben. Niemals. Komm. Weiter machen. War eigentlich kein Pass in die Mitte, sondern ein Lupfer. Aber den hat er nicht so wirklich drüber gekriegt. Aber egal. Cuadrado läuft mit, hat die Kulle. Alles wunderbar. So, und jetzt sind wir doch da, Freunde. Jetzt war das vielleicht der Knoten, der hat platzen müssen, damit wir hier reinkommen. Schade. Ball kommt nicht an. Wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht zu offensiv jetzt schon gehen. Nicht, dass sowas wie gerade passiert. Dante. Macht das gut. So, und jetzt anschieben. Marcelo. Schön. Ich glaube, der war im Abseits, oder? Nicht mal. Die Maria. Angel. Die Maria zurückgelegt. Marcelo. Zack. Drin das Ding, Freunde. 54. Es geht doch. Nur noch 2 zu 4. Nur noch 2 zu 4. Wunderschön gespielt. Ab zur Grundlinie. Nach hinten hingelegt. Und dann kommt Marcelo mit ganz viel Speed angeschossen. Und macht das 2 zu 4. Na, das wäre ein Ding. Wenn wir das noch drehen. Aber davon wollen wir noch nicht reden. Es ist noch so lange zu spielen. 35 Minuten. Und wir haben noch so viel vor uns. Dass das noch lange, noch lange kein Grund ist, drüber zu quatschen. Oh, da kommen wir nicht hin. Wenn er reingritscht, kriegt er den früher. So gibt es die Ecke. 55. Die Maria in der Mitte. Hazard bringt das Ding rein. Gut geklärt. Jetzt nach einer Ecke ein Gegentor wäre jetzt ganz, ganz bitter. Muslera hat ihn. Muslera macht's. Gut, macht's. Schnell. Und es gibt die nächste Chance. Für den Konter vielleicht. Da wurde es ein bisschen eng. Und dann der Pass. Nicht wirklich gut. Oh, ich rutsche gerade vom Knüppel ab. Quadrado kommt nicht durch. Passt mir jetzt auf, Freunde. Dante. Hat ein bisschen Platz. Konter noch ganz entspannt draufsteigen. Oh, aber der verteidigt auch nicht schlecht. Schön. Jetzt komm. Jawohl. Gut gespielt. Rodriguez. Kriegt den nicht unter. Und dann kommen wir auch nicht hin. Oh, Mensch. Der ist doch am Zittern jetzt mittlerweile schon, Freunde. Oder? Alter, aber der gewinnt so blöde Bälle immer. Und dann kriegt er da die Chancen. Fabregas gegen Quadrado. Quadrado fightet. Ist da. Cantriva mit dem Schuss. Kein Ding für Muslera am Ende. 63. Marcelo. Langer Ball. James Rott. Alter, schaut euch das an, wie der die Zweikämpfe gibt. Das gibt's doch nicht. Und da auch wieder. Jeder so einen Ball springt zu dem. Das ist unfassbar. Müller. Der Hacke weiter. Cantriva. Nächster Schuss, den er da probiert. Jetzt gleich wahrscheinlich nochmal. Ne, Dante. So, jetzt komm. Oh, jetzt laufe ich in den Mann, weil ich denke, der kommt wieder näher von der anderen Seite. Jetzt macht er es gerade richtig stark wieder. Jetzt müssen wir aufpassen. 67. Dass er nicht das 5-3 macht. Dann ist hier nämlich alles vorbei. Und dann macht er das 69. Mann, das 5-2 natürlich übrigens. Mensch. Wir waren wieder so drin in der Partie. Und dann schwanzt er sich schön durch. Muss man ja zugeben. Die Maria. Kopfball, beziehungsweise der Ball an sich war schlecht. Cantriva. Aber jetzt wird's ein Ding der Unmöglichkeit. Wieder der Ball bei ihm. Benzema. Zurückgelegt. Da kommen wir auch nicht ran, wirklich. So, ich gehe mal auf Offensiv. Einmal müssen wir es ja noch probieren. Ob wir jetzt dann 6-2, 7-2 verlieren oder sonst was. Ist auch egal. Nochmal alles geben jetzt hier. Guter Ball. Cuadrado. Schön nach vorne gelegt. Gustavo. Ich hätte sogar noch gleich passen können, oder? Ich habe mich nicht getraut. Nicht, dass es abseits ist. Schade. Neuer. Haben wir. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Aber wohin? Gustavo. Gustavo. Geblockt. Mal wieder. Mal wieder. Jetzt sind wir auch mal zumindest dazwischen. Sanchez. Und? Und? Oh, ich komme nicht hin. War, glaube ich, aber auch abseits. Das 78. Das schaffen wir nicht mehr, Freunde. Aber wir sind noch mal richtig gut rangekommen. Im zweiten Durchgang. Nochmal richtig gut gespielt. Gleich zwei schnelle Tore gemacht. Am Ende hilft es alles nichts. Am Ende wird diese Serie heute mit dieser Folge vorbei sein. Außer es gibt hier wirklich noch das ganz, ganz große Wunder. Aber ich glaube, davon kann erst mal keiner ausgehen. Der Ball kommt noch an. Die Flanke kommt allerdings nicht an. Aber Neuer so ein bisschen mit dem Fehler zurückgelegt. Oh, und das dauert zu lang. Das klappt dann auch nicht so, wie ich will. Benzema. Wenige Minuten noch zu spielen. Und jetzt gibt es hier wahrscheinlich noch sogar die endgültige Entscheidung, denke ich mal. Candreva. Ne, Marcelo ist da. Nach vorne gelegt. Schön. Oh, schaut euch das an. Überall kriegt ihr noch einen Fuß dazwischen. Das ist ja zum Kotzen hier. Das ist unfassbar. Gut. Gustavo. Kann sich null durchsetzen gegen Cahill. Was ist denn da los? Gustavo, einer der besten Sechser bei der WM. Komm jetzt. Und dann gibt es das Foul. Fabregas macht es ruhig. Versucht da nochmal den Freistoß. Also eine Minute noch zu spielen. Das war es mit dieser Serie. Dafür gibt es, wie gesagt, zwei andere. Genau zum selben Thema. Genau zu dem selben hier. Ihr wisst Bescheid. Aber jetzt erstmal Rodriguez. Oh, der war richtig stark. Und jetzt ist er drin. Also, 6 zu 2 am Ende. Benzema. Ich denke mal, es ist zu hoch ausgefallen. Oder wir haben uns so gut noch reingekämpft in die Partie. Aber am Ende bringt es alles nichts. Er steht im Finale. Wir nicht. Weiß gar nicht, ob es ein Spiel um Platz 3 gibt. Ich glaube mal nicht. James Rodriguez nochmal mit dem Schuss. Der nicht ankommt. Und jetzt vielleicht nochmal die Chance für uns. Nein, kommen wir da auch nicht hin. Und dann ist wieder ein Fuß dazwischen. Schade. Schade, schade, schade. Wäre mehr drin gewesen. Ich bin mal gespannt auf die Statistik. Ich weiß, die bringt jetzt gar nichts mehr. Aber meiner Meinung nach doch zu hoch. Wir hätten einfach gleich noch eins mehr irgendwie reindrücken müssen. Gleich noch das dritte. Dann wäre mehr gegangen. Hier, 8 Schüsse. 6 aufs Tor. Er mit 12 Schüssen. 8 davon auf die Bude. Er war einfach effektiver. Ganz klar. Ja, absolut. Aber gut. Können wir nichts ändern. Am Ende sind wir raus aus dem Turnier. 3000 Münzen haben wir nochmal gewonnen. Ich würde sagen, zum Ende werden wir auch nochmal ein paar Packs öffnen. Und dann gehen wir langsam aber sicher in die anderen beiden Projekte über. Die dann eventuell schon heute, vielleicht auch morgen, vielleicht auch erst die Tage rauskommen. Mal gucken. Upsala, Entschuldigung. Mal gucken. Boah, ich darf keine Cola vor der Aufnahme trinken. Ich glaube schon mal gesagt, ne? Wenigstens haben wir Chiru. Den haben wir noch nicht doppelt. Das ist ja schon mal was. Das ist doch schon mal sehr schön. Den speichern wir gleich mal im Verein. Und dann werden wir noch 2, 3, 4, 5 Päckchen aufmachen. Und dann verabschiede ich mich. Wie gesagt, mal gucken, ob es sich noch rentiert, jetzt Packs zu öffnen, weil ich schon so viele Spiele habe. Dass das fast keinen Sinn macht. Ich überspringe mal eben. Ja, schaut euch das an. Das macht nämlich keinen Spaß, da ein Pack-Opening zu machen. Aber gut, halb so wird. Diesmal machen wir es langsamer. Vielleicht, wenn sich der Ball dreht, haben wir die Chance auf einen richtig guten. Und wir haben Ronaldo, Messi, Neymar. Die fehlen auf jeden Fall noch. Der wäre schon nicht schlecht, aber wieder niemand. Einzig und allein. Ein paar Spielerverträge. Ich stoße das Pack auch wieder mit ab. Habe ich ja neulich schon erzählt. Warum? So, nächstes Pack. Och man, das ärgert mich jetzt. Ich hätte sogar mit euch noch das Finale gespielt. Hier in dieser Serie am Ende haben wir zwölf Spiele gemacht. Acht Siege, vier Niederlande. Große haben wir. Okay. Also einen, der nicht bei der WM dabei ist, aber auch zum WM-Add-on dazugehört. Sehr schön. Also mal wieder ein Spieler. 1025 haben wir mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie viel gibt es denn da überhaupt insgesamt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Nächstes Pack. Und diesmal haben wir einen Spielervertrag. Mal wieder. Nichts wirklich Gutes. Drimmage habe ich übrigens auch im Ultimate Team hier in diesem Modus. Im WM-Add-on. Mal gucken. Vielleicht kann man da die WM, die Drimmage Serie, also Drimmage Weg zum Star auch irgendwie auf die WM übertragen kurz. Ich weiß es nicht. Werden wir es sehen. Halb so wild. Ich würde sagen, es rentiert sich nicht mehr wirklich. Beziehungsweise ist auch nicht wirklich schön anzusehen, wenn man hier nichts Gutes sieht. In dem Sinn, wir öffnen das letzte Pack. Ich verabschiede mich von dieser Serie. Hat richtig viel Spaß gemacht. Diese 15, 16, 17, 18 Parts. Ich weiß nicht, wie viel es am Ende sind, zusammen mit euch da zu zocken. Wie gesagt, ich werde natürlich weiterhin diese Serie, beziehungsweise dieses Projekt spielen. Gar keine Frage. Aber eben mit einer Serie im Hintergrund, von der mir könnt ihr euch drauf freuen. Wird richtig, richtig viel Spaß machen. Und damit würde ich sagen, war es das. Wir sehen uns dann drüben bei den anderen beiden Serien oder allgemein auf meinem Kanal. Danke fürs Zugucken. Ich bin raus. Na, ihr wisst, wir schalten nochmal abschließen. Däumchen nach oben. Ich würde mich freuen. Abo dalassen, wäre cool. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.